Und zwar ein Bluesigeländler, weil ich nie auf der Blues schnurrige spiele und weil bekanntlich der Bluesigeländler aus Amerika kommt, nennt man ihn auch ein Country Song. Selbstverständlich spielen wir nicht einen gewöhnlichen Country Song, sondern einen von den Besten. Johnny Cash hat ihn gesungen, er ist berühmt worden damit. Wir spielen ihn auch hier oben. Es ist der Orange Blossom Special. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020